Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr jetzt zurück seid für eine Runde Yoga. Ich sitze hier mitten in Kapstadt und habe bei euch eine kleine Morgenroutine aufgenommen, diesen wunderschönen Hintergrund und wünsche euch viel Spaß direkt aus dem Bett auf die Matte. Lasst uns in einer sehr engen Child's Pose beginnen. Die Knie sind zusammen, Füße sind zusammen, Zehen sind lang. Leg die Arme weich vor dir oder neben dich auf die Matte, was du als angenehmer empfindest. Und dann konzentrier dich ganz auf deinen Atem. Lass uns am Morgen den Bauch ein bisschen massieren mit dem Atem. Mit der Einatmung wird ganz weit und schieb deinen Bauch auf die Oberschenkel. Mit der Ausatmung wird ganz leer und zieh den Bauchnabel weg von den Oberschenkeln. Das Nacken, Kopf, alles schwer. Deine Atmung massieren, den Bauch auf, die Oberschenkel wird ganz weit. Mit der Ausatmung zieh den Bauchnabel weg. Massiere hier deine Organe und deine Nieren, deine Magen, deinen Darm. Alles am Morgen ein bisschen anregen. Genauso wie unseren Nacken geben auch unsere Organe eine gute Massage. Komm so ganz an und mit jedem tiefen Atemzug füll dich mit Energie für den kommenden Tag. Schau, dass deine Gedanken ganz ruhig sind, du dich nur auf deine Atmung konzentrierst. Auf deiner Matte, an deinem Morgen. Tief ein und wieder tief aus. Schön, dann roll dich langsam in der nächsten Einatmung nach oben zum Sitzen. Spür noch mal nach. Schön. Und dann tue ein paar Mal die Schultern rotieren. Massiere deine Schulterblätter vielleicht. Lass den Kreis immer größer werden. Und dann einen großen Armkreis. Ein bisschen bewegen, um die Schultern zu bringen. Und dann dreh den Kreis oben mit der Einatmung. Heb aus. Weich tief. Große Armkreise. Nicht viel drüber nachdenken. Einfach nur ein bisschen die Schultern bewegen und lockern. Gar kein großer Kraftaufwand. Und schüttel dich einfach mal aus. Sehr gut. Und dann find noch mal Ruhe. Vielleicht leg die Hände in deinen Schoß. Und dann beginn doch deinen Morgen mit einem schönen Mantra. Das Mantra ist, nichts bringt mich aus der Ruhe. Das Leben ist ein Geschenk. Nichts bringt mich aus der Ruhe. Das Leben ist ein Geschenk. Nichts bringt mich aus der Ruhe. Das Leben ist ein Geschenk. Dann heb die Arme weit über oben. Bring die Handflächen zusammen. Die Daumen zu deinem Herzen. Und dann versiegel dieses wunderschöne Morgenmantra. Wenn du die Stirn näher zu den Fingerspitzen bringst. Jetzt schön. Dann heb die Arme. Greif die gegenüberliegenden Ellenbogen. Zieh dich lang. Und dann lass sanft deine linke Hand Richtung Erde. Rechten Arm über den Kopf. Und bring ein bisschen Platz in die rechte Flanke. Lass die linke Schulter weich werden. Sehr schön. Lass den Kopf ein bisschen hoch und tief. Der Einatmung kommt zurück. Zieh dich nochmal lang. Greif die gegenüberliegenden Ellenbogen. Lehn dich vielleicht zurück. Tiefe das Center. Und dann zur anderen Seite. Lass den rechten Arm weich Richtung Erde fallen. Öffne die Achsen. Die ganze linke Seite. Die Lungen. Werd hier schön. Weich. Sehr gut. Weich am Nacken. In der Einatmung kommt wieder zurück. Zieh dich nochmal richtig lang. Zieh nochmal an den gegenüberliegenden Ellenbogen. Und dann kreist die Arme tief. Schön. Von hier. Komm in Malasana. In diesem kleinen gemütlichen Yogi-Squat. Noch ein bisschen mehr. Unsere Hüften, unsere Knie, unsere Fußgelenke warm zu bekommen. Wenn die Fersen nicht ganz auf den Boden kommen, ist es nicht so schlimm. Und dann bring dein Gewicht auf den rechten Fuß. Denn das linke Knie Richtung Erde. Hak den linken Ellenbogen an die Außenkante deines rechten Knies. Mach ruhig Stopp, wenn du ein bisschen Zeit brauchst. Bring mehr Gewicht auf deine rechte Hand. Und dann press richtig schön den rechten Oberschenkel in deinen Oberkörper. Massier so dein Center. Mit der Einatmung komm wieder in die Mitte zurück. Hilf dir ruhig mit den Händen mit der Ausatmung. Andere Richtung. Rechtes Knie Richtung Boden. Linke Hand hinter dich als Stütze. Rechte Ellenbogen außen an deinem linken Oberschenkel. Und hier auch. Massier deinen Oberkörper mit deinem Oberschenkel. Schön weich. Versuch loszulassen. Komm wieder in die Mitte. Mit der Einatmung jetzt im Fluss. Auf die Seite. Mit der Ausatmung. Lass dir Zeit. Mit der Einatmung komm in die Mitte. Schön. Mit der Ausatmung nach links. Die Hüften werden immer weich. Weichert. Einatmung komm in die Mitte. Gewicht auf beide Füße. Und dann verlage nochmal auf rechts. Weicher. Nackenweiche Schulter. Schön tief ein in die Mitte. Gewicht auf beide Füße. Und dann verlage auf links. Auf. Einmal komm in die Mitte. Und dann streck die Beine. Lass dich hängen. Wackel die Füße zusammen. Lass dich ganz schwer hängen. Vielleicht ein paar Mal ja, nein. Vielleicht greif dir gegenüberliegenden Ellenbogen. Beug die Beine so weit, wie du brauchst. Es ist ja noch früh am Morgen. Dreht ein paar Mal durch. Lass dich hängen. Ganz schwer. Dann löst die Hände nochmal. Den Kopf richtig loslassen. Beug die Beine und roll dich ganz langsam. Wirbel für Wirbel nach oben. Mit der Einatmung heb die Arme. Heb den Blick. Hände zum Herzen. Und tauch mit der Ausatmung schon wieder tief. Sehr schön. Mit der Einatmung roll dich nach oben. Heb die Arme. Heb den Blick. Werd weit. Schieb mit den Füßen in die Matte. Mit der Ausatmung beug die Beine. Und tauch wieder tief. Lass dich hängen. Sehr schön. Beug die Beine. Roll dich nach oben. Heb die Arme. Wachs. Schieb in den Boden. Zieh dich lang. Guten Morgen. Und Hände zum Herzen. Schön. Komm erstmal aufrecht. Komm an. Komm an den Anfang deiner Matte. Platziere die Füße bewusst. Und lass uns die Sonne grüßen. Mit der Einatmung heb die Arme. Mit der Ausatmung tauch tief. Lange Wirbelsäule. Kopf schwer. Bein. Ein. Adha Uttanasana. Und steig dabei mit dem rechten Fuß zurück in den schönen weiten Ausfallschritt. Und mit der Ausatmung platziere die Hände. Komm in deinen herabschauenden Hund. Sehr schön. Komm die Zehenspitzen. Roll dich durch. Die Wirbelsäule nach vorne. Liegestützposition. Mit der Einatmung. Leg die Knie ab und senk dich auf den Bauch. Atme aus. Zehen lang. Schieb ein bisschen in die Hände. Heb den Brustkorb für deine Cobra. Schultern weg von den Ohren. Mit der Ausatmung schieb in die Hände. Stell die Zehen auf. Komm in deinen herabschauenden Hund. Mit der Einatmung steig rechts. Ganz sanft nach vorne zwischen die Hände. Nochmal Länge. Mit der Ausatmung steig mit links dazu. Lass den Kopf hängen. Sehr gut. Gut ein. Komm zum Stehen. Heb die Arme. Wach. Aus. Hände zum Herz. Schön. Heb die Arme. Zieh dich lang. Atme ein. Schieb in den Boden. Mit der Ausatmung. Tauch tief. Lass den Kopf hängen. Ein. Verlängere die Wirbelsäule. Und steige rechts zurück. Große Ausfall. Schrittgewicht. Richtig auf links verlagern. Platziere die Hände. Steige in deinen Hund mit der Ausatmung. Mit der Einatmung komm auf die Zehenspitzen. Roll dich durch. Die Wirbelsäule nach vorne. Komm in eine kraftvolle Liegestützposition. Und dann platziere die Knie mit der Ausatmung. Senk dich auf den Bauch. Zehen lang. Heb dein Herz. Roll die Schultern weg von den Ohren. Komm nach oben. Mit der Ausatmung stell die Zehen auf. Und schieb dich über die Knie zurück in deinen Hund. Schön. Mit der Einatmung steig recht nach vorne zwischen deine Hände. Find nochmal Länge. Mit der Ausatmung steig nach vorne. Schließ die Füße und lass dich schwer hängen. Einatmung schieb in den Boden. Kraftvolle Rückseite. Komm zum Stehen. Heb die Arme aus. Hände zum Herz. Sehr schön. Noch einmal. Heb die Arme. Wach. Zieh dich lang. Austauch tief. Lass alles hängen. Wieder mehr auf den Atemach. Ein. Zieh dich lang. Stark rechts zurück. Ah. Lang. Und aus. Platziere die Hände. Und steig zurück in deinen Hund. Einatmung. Komm nach vorne. Liege. Stütz. Position. Werd lang. Und dann senk dich über die Knie ab auf den Bauch. Atme auf. Heb dein Herz. Roll die Schultern weg. Atme ein. Mit der Ausatmung stell die Zehen auf. Schieb dich in deinen Hund. Lange Wirbelsäule. Steig mit rechts nach vorne. Mit deiner Einatmung. Hier. Schöner Ausfallschritt. Und aus. Links dazu. Kopf schwer. Tauch nach oben. Schieb in die Beine. Komm zum Stehen. Mit deiner Einatmung. Hände zum Herz. Atme auf. Sehr schön. Wir hatten kurz einen Gastauftritt von einem Touristenpaar. Von hier. Komm tief. Nochmal Hände zum Boden. Lass dich nochmal richtig hängen. Man darf das alles ja immer nicht so ernst nehmen. Von hier. Beug die Beine. Und setz dich sanft zurück auf deinen Po. Schön. Schüttel dich aus. Streck die Beine. Und dann leg dich auf. Den Rücken zieh die Knie ran. Massiere ein bisschen den unteren Rücken. Lass uns in den Schulterstand gehen. Für ein bisschen Vitalität. Wenn dir das zu intensiv ist für den Nacken am Morgen. Kannst du auch die Beine nur nach oben strecken. Sonst komm in deinen wunderschönen Schulterstand. Aber unterstütz dich gut an deinem unteren Rücken. Bring richtig das Gewicht auf die Schultern. Beug die Knie. Zieh sie ran. Platziere die Hände an deinem unteren Rücken. Und dann streck die Beine nach oben. Schau, dass die Ellenbogen schön eng sind. Und bring das Kinn ein bisschen weg von deiner Brust. Und atme hier tief. Beug langsam die Beine. Komm vielleicht nochmal in deinen Flug. Halasana. Streck die Beine hinter dir auf den Boden. Falls die Füße den Boden nicht berühren, dann lass die Hände am Rücken. Sonst bring die Hände vielleicht sogar geschlossen in einer Faust hinter dir auf deine Matte. Hör auf deinen Rücken und auf deinen Körper in der Früh. Beug langsam die Beine. Roll dich. Wirbel für Wirbel zurück. Bring die Beine auf die Erde. Schön. Zieh ruhig nochmal die Knie an. Spiel hier nochmal ein bisschen mit dem Rücken. Vielleicht bring nochmal die Stirn zu deinen Knien. Schau, was dir gut tut. Und dann lass uns noch einmal den Brustkorb aufmachen mit dem Fisch. Bring die Hände unter deinem Gesäß. Schieb in die Ellenbogen. Heb den Brustkorb. Und komm auf die Krone deines Kopfes. Lass die Beine schön aktiv und zusammen. Streck die Zehen. Wenn es sich komisch anfühlt, kannst du die Zehen auch anziehen. Schieb richtig in die Ellenbogen. Mach den Brustkorb auf. Und atme hier richtig schön tief ein und aus. Du kannst auch gerne einmal den Löwen machen, indem du durch den Mund ausatmest. Zunge raus und die Augen aufmachst. Als Shavasana lade ich euch heute ein, in Subtabhadakanasana zu kommen. Fuß holen zusammen. Knie nach außen. Hände auf den Bauch. Loslassen. Genießen. In Dankbarkeit baden. Und hart mit ein bisschen Atmen in Ruhe anfangen. Knie nach außen. Untertitelung des ZDF, 2020 Bring dein Bewusstsein langsam zurück, bring die Hände unter deine Oberschenkel, schließ die Füße und dann finde langsam einen Weg nach oben zum Sitzen. Bequem und aufrecht, lange Wirbelsäule, voller Vitalität und bereit für den Tag. Dann heb nochmal die Arme über die Seite, wachs, zieh dich lang, bring die Handflächen zusammen, die Daumen zwischen die Augen. Für kleidende Gedanken, zu deinem Mund, für Reinheit in der Sprache und zu deinem Herzen. Möge dein Herz dich immer leiten und verneige dich vor dir selber, deinem besten Lehrer. Namaste. Danke für deinen Morgen, ich hoffe es hat dir gut getan. Und du bist bereit für einen weiteren Tag in deinem Geschenk, das das Leben ist.